Agiria hehehe Oh oh oh, oh oh oh, oh oh, oh oh, oh du isser jetzt wird s spannend Jut weiss, am Bäh Die guckt so komisch. Ach хорош, das ist das Ding Die Frau Das Kabel zieht die doch neu Ach Gott, nee das ist irgend so,ziehbar Was ist das jetzt für ein Rätsel Es sieht einfach nur interessant aus, was so mit Körpern passieren kann, wenn sie animiert sind und zerstüttelt werden. Ja. Falls ihr nicht wisst wer das war, das war der Helmut. Das ist klar. Das ist klar. So Melisa, jetzt gehts los. Wenn man den Tempo überhaupt keinen Bock hat oder die sagen, ich mag den, ich mag den nicht. Ich mag das nicht. Genuss mich frei. Bewege die Metallwürfel zu den Symbolen und meide die Schläge. Nach sechs Schlägen geht das Gerät zu und wird zu deinem Grab. Der Gerät geht nie zu. Der Gerät wird zu Grab. Der Gerät ist sparsam, arbeitet schweißfrei. Schweißfrei. Was? Auf die X. Ach, das ist sowas. Mach's mal runter. Ach so, ich kann nur ernst bewegen. So, das erste X. Aber das war jetzt korrekt oder? So, übers nächste X. Rechts. Hoch. Links. Bruna. Und das war falsch. Ne. Das nächste. Ah, ne. Das muss ich schaffen. Genau. Es darf nicht aufs X. Es darf auch nicht runter. Es muss auf die... Acht auf das Teil. Es darf nicht auf dem X stehen bleiben. Ja. Ja. Also rechts. Hoch. Links. Bruna. Das darf auch wohl nicht drüber oder was? Ach so, hol auf oder? Ich denke das reicht aus. Bruna. Bruna links hoch. Bruna links hoch. Bruna links hoch. Genau. Halt eh mal rechts wenn es noch passt. Wie soll das denn so stehen bleiben? Das geht auch gar nicht. Ah, ich hab's rechts. Bruna. 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 Rechts. Rechts. Bruna. 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 Gr�. Unhoch. Ach es bleibt da druff stehe. Ok desses ho es sie. Ja schade ich schätze eigentlich gerne. Ne. Könnte es ja auch nochmal sterben lassen das... Na kenne es doch specialty und alle messen die Marette Dev Mayo. Ne muss ich nochmal hinspielen. Ne..... Übrigens haben wir gerade einen Erfolg freigeschalte. Fehlen das Elternteil. Hat er was mit der Erde zu tun? Bist du das? Oh oh, ich will sie ihn umbringen. Ah ne, achten sie gut auf jeden von Jigsaws hinweisen. Du nicht, du musst A drücken. Und vergiss die Mezzo-Mix nicht. Ganz wichtig wenn man beim Jigsaws spielt, dass man die Mezzo-Mix dabei hat. Weil die gibt Energie durch den vielen Zucker. Und die Frucht, Vitamine, die Frucht, was drin ist. Da ist Mezzo und Mix drin. Mezzo und Mix, Vitamin B12 Komplex. Cola fiestet Orange. Ah, die Sexofix. Sexofist. Fickelmix. Guck mal Melissa, siehst du den Kopf? Zack, das mache ich mit dir, du trägst es auch. Guck mal her, jawoll! Guck mal Melissa, da fehlen das Gehirn! Guck mal da! Guck, guck! Siehst du das? Das ist lustig, ja? Lachst gar nicht, lachst gar nicht. Ich bin im Zentrum für Lara drin, hä? Die Features gar nicht spaßig. Boah Zentrum! Guck mal, David. Du verdienst das. Er sagte, wenn ich es so weit gemacht habe, dann könnte ich es wählen. Ich gehe. Tschüss. Und ich bin... Ich bin nicht. Sorry. Tschüss. 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 Oh. 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 Ja, ich habe keine Freunde. Ich weiß es. Verdammt. Ein Freund. Ein guter Freund. Ein guter Freund. Das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund. Ein guter Freund. Und es ist Nigeria, was uns zusammen hält. 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 Das war so schön. Aber nicht nur Lageria. Dann öffne ich jetzt nicht, weil... Ja, Klebstoff. Ach. Alles was babbt? Also, mir. Wer sind's, will Bab sein? Wer ist ja richtig ein Bab sein. Richtig. Das ist ein Babischer, weißt du? Hält ja auch zwei deutsche Klebeschweine. Babbe Klebe. Babisch. Wie's Babisch Gussl. Klebendes Bonbon. Die Hälfte der Zuschauer verstehst ich wahrscheinlich gar nicht. Ne, wahrscheinlich verstehst du nämlich nicht, wenn ich Hochdeutsch rede. Hochdeutsch. Ja, komm, jetzt den Schlüssel holen. Auf geht's. Zack, zack, zack. So, war Zahnrad. Ich hör dem nicht mal zu, jetzt mal ohne. Das Spiel packt mich nicht. Es packt mich einfach nicht. Es ist ganz cool, aber es wiederholt sich halt alles. Mich nervt's, dass ich immer aufpassen muss, ob hier irgendwo Fall ist. Ja. Vielleicht, dass ihr hier mit ihr möchtet. Ich möchte das unternehmen. Ich zeige dir eine Wahl. Bleib mit ihm. Und ihr beiden können Hilfe helfen. Ich werde ihn überlegen. Ach, sagst du. Schau. Ich geh den Scal for. was klappen was das nur für gebäude war der große grundschule kranker haus ich mein guck der modell ja 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 können daran stalt gewesen das ist immer noch mein schöne baseball schläger leute wenn euch so also jetzt nicht die frau ich habe mir gesagt wenn die ja wenn die kommt dann machte so was was machst du jetzt wenn ich das nicht so pläziert mit dem so was mir doch gerade spielen jetzt kommen auch noch andere spiele ihr kennt auch star wars episode 1 ich habe übrigens vor der erste der erste teil am vierten mei zu bringen was dann aber dann noch so ziemlich parallel abwerten der teil wird wahrscheinlich dann noch gar nicht oder du schon relativ schnell raus ja doch schon ich muss halt noch alle hochladen naja und auch ein besonderer gruß an den arbeitskollegen renten ja er liebt dich warum du noch immer ein autogramm willst der renten sagt aber schon kann ich kurz vorbeikommen aber neu kommst nicht ich geh da dann die milde das müssen wir uns aufschreiben dass das muss ich ihm zeigen wir machen sie im nächsten video machen das ist im nächsten video sagst du noch einen gruß ja ich sag noch einen gruß so wo waren die scheiß verfahren ja ich sehe im echt leben aus besser gehen youtube ja gut steffen weiß erstaunt wie hässlich der ist wie der aussieht der assler der assler dazu müssen wir sagen wir schminken uns ja das nicht ist ja nicht aus weil wir jetzt irgendeine stimmung machen wollen ab und zu guckt die vermieterin durchs fenster und wenn die mich sieht dann schmeißt du mich raus drei herzinfarkt habe ich mal in der wohnung in die wohnung kurz ja eklig so klientel wunderbar ja von der anderen seite verriegelt junge du könntest du durchspringen du depp du hässliche ach wir sehen auch eigentlich nie unser gesicht also das sind unsere ärger die man nach oben oh 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 es wird schneller ja ich hab die fall aktiviert während ich falsch drin stand es geht doch nicht es tut mir so leid ja wie mache ich denn das ich stell mal gerade mal die ja ach nix fass los auf die xbox auf ach gut sonst bin ich base ne ja doch ich will doch nie was deine xbox machen hehehe hallo xbox so probiere macht noch einmal äh und zwar erst die falle lösen dann die wand aufkloppen ok dann hindurch ja die fall jetzt piepst werde ich trinken können übrigens sieht auch sehr lecker aus alle an so ach gut bist du gut das sind so momente die das spiel wieder dann ganz cool macht ja das war jetzt äh schon ok ach gut da ist ja noch einer ach du depp dein coil ist schon zu langsam kaputt oder jetzt ist er am arsch jetzt hab ich aber ein rohr ja der kill der war so gut jetzt hab ich ein richtiges rohr jetzt die musik ist übrigens noch warum auch immer egal aber ich muss sagen die bestfall ist fast noch die faust weil es am schnellsten ist ich meine das ist ich meine guck mal die waffe mensch ja die beste waffe meine faust ist eigentlich meine fäuste sind waffe ja vier fäuste in julia äh hallo julia so war es jetzt nicht gemeint oh gott das geschieht mir recht schnell ich weiß nicht wenn du meinst ich auch nicht mal gucken wo wir starten oh ach nö komm ok ich machs noch einmal einmal noch und wenn ich schaffe bestimmt gefällt dir der Liss an der Liss an soll ich das zurückgeben soll ich das dreckig zurückgeben aber mit Stil mit Stil oder? mit Stil mit Stil und Sessel weißt du eigentlich wie der Film die Welten 10 Millionen Jahre eigentlich her ist? auf Englisch? auf Englisch? war das PC wo da fast nicht auf Englisch The world in 10 million in 10 million das versteht nicht jeder war die Liss ah ah sind wir hey blieb oh erinnert mich an Weinfeste von denen ich erzählt bekommen habe das ist doch schlechte wo ja wo meistens dann bloß eh Personen ist die man mag ich war doch gar nicht dort so der 8. 9. 10. der da rum steht und recht ist M also echt Mann egal also wirklich so echt Mann Deppe echt echt Mann und dann weiter mal Bs soo entschärfen die Personen gucken das ja eh nicht alles klar schaffe ich es jetzt endlich ich hab ihn versucht hier zu aktivieren ja jetzt hopp schneller 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 es kommt mir vor wie so Video Sequenzen dann ablaufen wenn du mal zu wissen wie du kannst dich damit bewegen ja ist komisch so so irgendwo war doch noch ein Fall wo ich eben durch gerannt bin und war tot weil ich einen dummen Witz gemacht habe wo war das hier ja das muss ich aber erst mal sehen ne so eine scheiße ganz ehrlich du weißt aber auch ganz lang Kefal ganz ehrlich du musst erst durch rennen um zu wissen wo es ist das ist meine Meinung hast du wieder was im scheißhaus? naja gut ich will wieder was im scheißhaus ich hasse es dieses verdammte Spiel ich kann es nicht mehr in die Kopf zerplatzen was weiß ich aber es ist scheißhaus das ist ekelhaft das ist wirklich das ist wirklich oh oh der hat so eine Fresse treibt ja cool wenn du so Zünder hättest wo du das einfach so oh fuck schlag ihn doch mal ins Gesicht jetzt Gegenangriff ach Gott was ist denn das? was ist denn das? du Arschloch komm her kannst du doch mal neu weißt du was ich nehme erstmal Hypo auf den Schock erstmal Hypo was war ich bin in der Wand ich bin in der Wand was war denn das? der Hammer hä? und jetzt geht die Fall zu in der Wand unglaublich dieses Spiel kannst du auf die andere Seite von der Wand gehen dann sag ich besser auch gucken warte mal was ist denn das? was ist denn das? was ist denn das? jetzt haben wir kein Glorio hole oder? das ist doch kein Glorio hole wirst du nicht du bist denn das? ist denn sein Kopf jetzt so irgendwie in die Wand neu getrickt machen dass es jetzt die Form von so Klo rollt ach oh ne ach guck mal wo wir es sind wir sind wieder zurück ja ich muss jetzt überhaupt nicht keine Ahnung man ich bin hier rein muss wahrscheinlich hier entlang so die Mama zu die Mama zu hm 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 äh 1 finde den richtigen Raum 1 1 2 0 2 0 7 2 0 1 die mit ihrer Endsatz 5 die kennen wir hätten schon mal eine Rätselkarte wo wir es nicht sehen ja aber das war ja durchgetrissen Raum 2 0 1 da stehen 2 0 8 2 0 9 es muss 2 0 7 sein 2 0 7 ja ist doch 7 und jetzt ich glaube nicht ich glaube nicht dass ich die jetzt äh oder? doch das Zahnrad ist eine Durchzahnräder ja aber in der Kiste ist doch nie irgendwas großes drin äh vielleicht entschärft es die Bombe dort drin ja hier nein hier fuck ne ne da muss ein kleines gehen ist weg ja ne das was du gerade verlassen hast ich glaube nicht dass das so groß ist die muss er jetzt genau klären mittel ok ich hätte es gedacht dass ein Schäf die Bombe in unserem Raum ist stehen geblieben hat es geschafft ok wir haben es geschafft ja komisch hat man gar nicht mitkriegt gut du hast die Pien-Ward-Pieße find die andere Pien-Ward-Pieße find die andere Pien-Ward-Pieße um Leben zu retten die Stationen sind nach Bäumen benannt wie fühlt es sich zu beurteilen eine Linden Station es gibt eine Eiche Station die Eiche Station die Eiche Station Mustikal oder Ayoris Segal ich denke an du das Problem ist wirklich ja ich bin aber froh dass wir also wir nehmen bis zweimal die Woche auf wenn ich das jeden Tag spiele müsste würde ich durchdrehen immer der gleiche Käse ne ja es ist halt ja wir spielen jetzt noch bis zum nächsten Kontrollpunkt und dann ist auch gut für heute ja äh Remigia kann ich uns auch gerne mal paar Kommentare nochmal drinnen zweimal glaub ich und einem ersten und einem fitte oder vierte ja das langt uns nett und im zweite hat uns der gute Pest-Ward Stimme oh was er da gestimmt im zweiten Part er fand es gut dass äh wie das Rätsel kam wo man die Perspektive wechseln muss wir beide da geguckt haben und haben es so gemacht das hat ihm gefallen fand er er schön ja ja das danke also danke 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 und er hatte App-Check zu äh bäh gesehen und äh fand das auch sehr gut ja ja war ja auch ein guter App-Check was ist hier los ja ja ist das gern? ja ich finde ich könnte mir das mal sagen ich könnte mir das mal sagen oh oh das wird sein Schwachwund ja wahrscheinlich ja wahrscheinlich und jetzt ja 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 komm her komm her hop, tu es ich schlafe da noch durch das Glas seid ja eng Stumm , gib mir die Key gib mir die Key gib mir die der Choper gib mir den Choper gib mir die die 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 ja die fressen die Uren und so da waren einfach flatt oh oh der kann viel ich kann jederzeit aufhören jetzt habe ich dich du fett trau ich mache jetzt ein ein angebot was er nicht ablehnen kann wenn du bock hast nehmst du mal ein spiel und kommst zum rennen dienstags ist der dünnerstag um 17 uhr was sogar noch stimmt was stimmt alles und dann nehmen wir zusammen was auf das wäre mal ein highlight du kannst dein dialekt reden wie immer hey wie immer super das wäre das wäre doch mal was das wäre was wenn er das sieht oder du kommst du mal freitags und dann gehen wir was trinken noch und nehmen was auf ich will dich jetzt nicht überrummeln weil du gar ich bin dabei ist ja auch bei mir daheim ich kenne dich auch zu mir eulade aber du hast nicht aufgeräumt bist du nicht willkommen ich überleg das aber während ich mir überleg wo ich hin muss um den extra checkpoints muss dass das was die der für was war bist du des wahnsinns das ist bestimmt so komische so komisches jugendlicher ist bestimmt so ein jugendlicher so ein bunker sonst geht er ist es so einer mit löschen in der hose und wie er wieder aussieht ja eben ausgewichen ist obwohl es nicht nötig war ich das meine ich das spiel das einfach komisch programmiert glaube ich also in der kampfanimation muss er schlagen und ausweichen ja aber ausweichen wenn du drückst ausweichen der auftrat einfach nur ausweichen das macht spannender ja das ist ja ich hab nicht langt für die woche das langt für die woche jetzt ja obwohl wir schon mehr in zwei tag nehmen wir ja wieder aufnehmen macht oder das drauf und machen was da wo er es aber wir machen sie fertig man muss ja versprochen wenn es versprochen wir machen es ja auch wenn es ausstrengend ist also es tut mir leid es ist wirklich ausstrengend ich glaube du suchst das auch einfach nur die nächste checkform ja die die größte die größte variationen in dem spiel sind eigentlich ich nenne es mal die boss dinge und zwar die größere rätsel der recht ist eigentlich wie gehabt da komme ich her wobei es also das setting ist ja richtig cool eigentlich aber es ist halt immer das gleiche richtig er war kaputt ins krankhaus aber war das erste versteck nicht in einer lagerhau wie ist das erste versteck vom jigsaw nein nein das versteck war in einer hall und die waren aber gefangen irgendwo anders doch ja das coolste im zweiten war ja wo der sohn von dem polizisten die ganze zeit mit dem save drin war und er sagt zu ihm noch machen sie nichts bleiben sie einfach ruhig es passiert nichts und er dreht so durch weil er die videoaufnahme von dem was alles schon geschehen war sieht asozial 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 wie wir leute vielen dank fürs zuschauen pause beim oba wir sehen uns bis dann